Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ich war gestern Abend noch im Supermarkt, im Aldi, hier bei uns in der Ecke. Und da sieht man es, Rosinenbrötchen für 1,29 Euro. Das sind diese hier. Ab und zu gönne ich mir sowas, dann nehme ich mal sowas hier mit. Und es kam mir gestern Abend, als ich in dem Laden war, schon so vor, warum ist die Tüte denn so leicht? Irgendwas ist hier anders, sind da weniger drin oder ähnliches? Und da habe ich mal recherchiert. Man sieht nämlich hier auf der Webseite ganz klar 400 Gramm für 1,29 Euro. Ja, jetzt ratet dreimal in den Kommentaren, wie viel da jetzt drin ist. Richtig, es sind nur noch 300 Gramm. Man geht hier einfach hin und beschneidet ein Produkt über das Gewicht, damit der Preis gleich bleibt. Und das passiert nicht nur bei zahlreichen großen bekannten Marken, sondern eben auch den Eigenmarken. So, aber jetzt haben wir was Schönes, jetzt haben wir was Spannendes. Erinnert euch ein paar Wochen zurück, wir kennen ja unseren geliebten Gesundheitsminister, den Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, Minister Lauterbach, wegen Verstoß angezeigt. Och, ich hatte darüber berichtet, das Ganze ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Ja, schon fast einen Monat, 17.8. hat der Nordkurier darüber berichtet. Die BILD hat seinerzeit auch vor einem Monat darüber berichtet und so weiter. Hat der Herr Lauterbach wirklich hier gegen seine eigengemachte Auflage verstoßen? Das wäre ganz interessant und dann muss man hier mal wieder den Weltjournalisten Tim Röhn ganz klar loben an dieser Stelle, der hier dran bleibt, hartnäckig bleibt. Und sie liegt nämlich der Welt am Sonntag exklusiv Antwort vom Berliner Gesundheitsamt mit oder vor, was genau dort passiert und wie gegen den Herrn Lauterbach tatsächlich aktuell ermittelt wird. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Ja, und in dem Bericht geht es dann darum, also nochmal, um euch abzuholen, der Herr Lauterbach hat nach fünf Tagen seine Quarantäne eigenständig, ja, vorzeitig beendet. Aus welchen Gründen auch immer. Er postet sowas ja auch immer ganz gerne dann bei Twitter, ist dann im Bundestag bei einer Sitzung, also er ist ja eine öffentliche Person oder Person des öffentlichen Lebens, sodass das ja nachvollziehbar ist. Also wenn man dann so etwas macht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Egal, auf jeden Fall, das Interessante, wie ich finde, ist jetzt das Verhalten des Bundesgesundheitsministeriums. Die bestreiten nämlich ein Fehlverhalten von Lauterbach. Und wenn man ein bisschen rechnen kann, hier ist es passiert, hier so und so sah der Test aus und dann war er wieder da, dann geht das meiner Meinung nach nämlich nicht auf. Nicht umsonst sind mehrere Anzeigen nämlich bei dem Gesundheitsamt wiederum in Berlin eingetroffen. Vielleicht war ja einer von euch dabei, der da eine Anzeige gestellt hat. Und das Interessante ist jetzt, wie laufen solche Ermittlungen ab? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Ermittlungen ablaufen. Und das Interessante ist ja, wie laufen jetzt solche Ermittlungen bei einem Bundesgesundheitsminister ab? Der Sprecher des Bezirksamts Mitte hatte in seiner E-Mail von Donnerstagmittag mitgeteilt, Von Beginn der Ermittlungen an habe Kontakt mit dem Büro Lauterbach bestanden. Das Gesundheitsamt habe kürzlich zur besseren Einschätzung eine schriftliche Anfrage an das Büro Lauterbach gestellt. Eine Antwort liege bislang nicht abschließend vor. Das ist der absolute Knaller, Leute. Und weiterhin heißt das Welt am Sonntag. Stellt er daraufhin weitere Fragen? Er wollte unter anderem wissen, wie viele Anzeigen gegen Lauterbach eingegangen waren, Wie der Stand der Ermittlungen ist und welche Antwortfrist dem Minister eingeräumt wurde Und ob es bei dem Verfahren üblich sei, von Beginn an mit den Betroffenen im Austausch zu stehen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn das ein normaler Mensch in diesem Land gemacht hätte, wäre er dir hier garantiert anders vorgegangen. Ganz interessant ist dann wiederum, dass am Donnerstagabend um 23.36 Uhr nicht mehr der Pressesprecher geantwortet hat, Sondern einen linken Politiker, der Christoph Keller, das ist der Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit. Und er teilte mit, dass insgesamt fünf Anzeigen beim Amtsleiter selbst und dem Fachbereich eingegangen seien. Ob auch an anderen Stellen Anzeigen eingeräumt wurden, wisse man nicht. Zu laufenden Verfahren werde man sich nicht äußern. Leute, Wasser predigen, Wein saufen passt hier ganz klar. Wir sollen uns anders verhalten, als uns vorgelebt wird. Das wissen wir mittlerweile seit etlicher Zeit. Und wisst ihr, es liegt ja hier in Anführungsstrichen nur ein mögliches Geldbuße, ein Bußgeldverfahren von 1000 bis 5000 Euro gegen diesen Verschluss vor. Wenn ich Karl Lauterbach wäre, okay, ich bin nicht in dieser Situation, weil ich so eine Maßnahme gar nicht ergriffen hätte, egal, dann sollte man doch jetzt Rückgrat beweisen, dazu stehen, einen Fehler gemacht zu haben und hingehen und zu sagen, okay, die 5000 Euro, ich spende. Ich spende das an ein Tierheim in Deutschland, an eine gemeinnützige Organisation in Deutschland, für jemanden, der sich hier einsetzt, zum Beispiel an die Tafel oder ähnliches. Würde das nicht ein bisschen Rückgrat beweisen, dieses Mannes? Herr Lauterbach, ich sage es immer wieder, berlinerzeitung.de, das ist wirklich eine der Zeitungen, die sich auch über die letzten zwei Jahre wirklich so positiv entwickelt hat. Dementsprechend auch heute wieder ein sehr guter Artikel und wir brauchen eigentlich nur so ein paar Zitate von Robert Habecks absolutem Lieblingsfreund im Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Ebenfalls war er mal grüner Politiker und jetzt sitzt er bei der Bundesnetzagentur. Kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, was uns hier vorgesetzt wird, wie das hier abläuft? Zitat, wissen erst über Gasmangel Bescheid, wenn es zu spät ist. Lieber Herr Müller, vielleicht sollten Sie sich mal hier dieses Video angucken. Ich kann Ihnen sagen, wann der Gasmangel kommt. Jetzt. Richtig. Wir haben nicht genügend Gas. Sonst würden Firmen nicht ihre Produktion massiv runtergefahren haben. Verschiedene Firmen, bin da mittlerweile schon die Produktion ins Ausland verschoben haben. Die Türkei beispielsweise, guckt in meinem Olli-Investiert-Kanal vorbei, kommt nochmal die Tage ein Video dazu. Die Türkei ist gerade ein Traumziel-Land für viele Firmen aus Deutschland, die Produktion dorthin zu verlagern. Das muss man sich mal überlegen. Aber die böse, böse Türkei, kann man doch nicht leben, Olli, was erzählst du denn? Ja, genau. Die Realität sieht offensichtlich anders aus. Das Wetter, damit das private Heißverhalten und die Situation in den Nachbarländern sind die ausschlaggebenden Kriterien. Leute, unsere Gasreserven, wenn die Speicher denn mal gefüllt sind, halten drei Monate. Wo ist jetzt hier das Problem? Zu rechnen, so und so viel Verbrauch haben wir in den letzten Jahren gehabt, da macht man einen Durchschnittswert draus, von mir aus auch den Mittelwert, den Median. Und danach sagt man, okay, das sind die Speicher und zack, das reicht aus. Das sollte doch... Wem sagt man das? Durch die gut gefüllten Speicher, sagt er wiederum, können wir uns Zeit erkaufen, uns länger auf einen Gasmangel vorzubereiten. Mehr als eineinhalb Wochen können wir beim Gasverbrauch aber nicht voraussehen. Tja, da verbrauchst du keine Glaskugel. Aber jetzt kommt's, es wird noch viel krasser. Die Umerziehung der Bevölkerung läuft auf Hochtouren. Beim Gassparen stehe noch viel Arbeit bevor, sagte er dem Handelsblatt. Der Verbrauch der Industrie sei im August um 22 Prozent gefallen, unter anderem durch Umstellung auf andere Energieträger, aber auch durch harte Produktionsstopp. Ja, und das ist jetzt gut, dass Firmen pleite gehen werden, insolvent gehen? Ach nein, haben wir ja gelernt von seinem Lieblingsminister Robert Habeck, dass Firmen dann nicht insolvent sind, wenn die jetzt halt mal ein paar Monate Produktionsstopp machen. Okay, kein Problem, wenn weiteren Rechnungen nicht bezahlt werden, die auflaufen, Mitarbeiterkosten bezahlt werden. Nein, kein Problem, wir gehen ja nicht insolvent. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Die Industrie trägt bei, was wir von ihr erbeten haben. Ja, aber das sind Tropfen auf den heißen Stein. Dass das nicht ausreichen wird, sollte eben klar sein. Und jetzt kommt es nämlich, wir sind die Nächsten. Glaubt mir, Leute. Bei den privaten Haushalten habe es in den vergangenen Tagen mehr Gasabflüsse gegeben, als er gehofft habe. Angesichts der warmen Temperatur und der extrem hohen Gaspreise hat mich das sehr verwundert. Das muss sich ändern. Und er schiebt es darauf, nämlich hier, Eigentümer, Mieter und Wohnungsgesellschaften haben die Heizung immer noch so eingestellt wie im vergangenen Herbst. Ab einer bestimmten Temperatur springen dann die Heizungen morgens an. Es ist ein Warnsignal. Da muss dringend etwas passieren. Ja, was hier passieren muss, ist eine Versorgung unseres Ministers mit Energie, die wir alle benötigen. Man sieht doch, dass wir Mieter, dass die Vermieter und die Wohnungsgesellschaften nicht hingehen können und sagen, ja gut, nö, die Heizung springt halt nicht morgens um 6 Uhr an, wenn man dann ins Bad geht, sich fertig macht, um wieder malochen zu gehen, um diese ganze Party in diesem Land hier am Laufen zu halten. Nee, das funktioniert nicht. Die soll jetzt dann um 8 Uhr einschalten oder am besten gar nicht einschalten. Aber je nachdem ist das aber schon ordentlich kalt in der letzten Zeit. So, und dementsprechend, es ist doch wieder mal nur ein Armutszeugnis, eine Bestandsaufnahme, wie schlimm es hier um uns steht. Und keinerlei Lösungsvorschläge, keine Verbesserungsvorschläge, nada, nothing, gar nichts. Es ist absolut nichts, was hier passiert. Es ist ein absolutes Trauerspiel. Ja, und das but not least noch dazu. Habeck will Zahlung der Gasumlage verschieben, heißt es hier auch noch bei der Berliner Zeitung. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben zu wenig Energie, die Energie ist zu teuer in diesem Land, die Gasenergie wird weiterhin verstromt, hat er auch nicht auf die Kette bekommen. Nach etlichen Monaten, wo ihm zahlreiche Experten und auch Nicht-Experten dazu geraten haben, dafür eine Lösung zu finden, gibt es dafür kein Lösungskonzept. Aber das ist klar, wenn man eine Ideologie, nämlich Windrädern, Solarkraft und so weiter festhält, die keine Grundlastfähigkeit liefern kann. Das muss sich doch auch ein Herr Habeck wirklich endlich mal einfordern. Und anstatt jetzt hinzugehen zu sagen, Gasumlage, nein, wird nicht funktionieren, machen wir nicht. Was ja zahlreiche kritische Stimmen mittlerweile auch öffentlich endlich mal äußern, was jetzt hier zum Beispiel aus Kreisen der Union kommt, heißt es nämlich hier, Murks bleibt Murks. Auch wenn er verschont wird, sagte Fraktionsvice Jens Spahn. Und da hat der gute Mann recht an dieser Stelle. So, aber nein, was ist der Plan von Robert Habeck? Man soll jetzt nicht dazu verpflichtet werden, zumindest hier die Abschlusszahlung für die Monate Oktober und November 2022 sollten nicht vor dem 31. Oktober 2022 fällig werden. Nach aktueller Rechtslage ist es nämlich so, dass sie schon im September fällig werden. Also, was machen wir? Wir spielen wieder mal auf Zeit. Es wird wieder mal einfach nur verschoben und nicht aufgehoben. Wir kennen es. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn du so bist, Daumen hoch, Abo raushauen, nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.